Man sagt, die Star Clipper Schiffe sind eines der bestbehütetsten Geheimnisse des Meeres. Weit über die Hälfte der Passagiere kehren immer und immer wieder auf diese Schiffe zurück. Es soll ansteckend sein. Was es ist, das versuchen wir auf unserem einwöchigen Segeltörn durch die traumhafte Karibik herauszufinden. Von Kuba über die Caimaninseln nach Cayo Largo, Cayo Rico und wieder zurück. Was bleibt sind Erinnerungen an unberührte Strände und beeindruckende Unterwasserwelten. Kubanische Musik und die Geschichte einer der bedeutendsten Kulturerben der Welt. Und vielleicht lüften wir nach diesem Segeltörn das Geheimnis rund um die Starflyer. Musik und die Geschichte einer der Welt. Musik und die Geschichte einer der Welt. Musik und die Geschichte einer der Welt.